Daydreams Daydreams, Tagträume. Wer von uns kann schon behaupten, dass er noch nie in einem versunken ist? Ich glaube keiner. In einem Moment höchster Anspannung schießen einem doch die absurdesten Gedanken durch den Kopf. Du machst mich wahnsinnig. Nicht mal zur Hochzeit unserer Jüngsten sind wir 50. Wenn du die Einladung nicht verschusselt hättest, müssten wir jetzt nicht über den Acker laufen. Da war nämlich eine Wegbeschreibung drin. Komm, Daydreams, jetzt beweg dich doch mal, wir haben es eilig. Eine teure Ruhe. Guck dir das doch mal an. Guck dir das doch mal an. Guck dir das doch mal an. Musik 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 So, liebe Marlies, lieber Günther, jetzt wird's ernst. Ihr habt die Worte der Bibel zum Ehestand gehört? Mit diesen Worten bezeugt die Heilige Schrift, dass die Ehe eine gute Gabe Gottes ist. Und so will Gott auch eure Ehe schützen und segnen. Somit frage ich dich zuerst, Günther. Bist du noch? Bist du noch? Hey, Baby. Was soll das? Was tust du da? Was machst du hier? Was machst du hier? Ah, sei nicht so gewöhnlich, das bist du nicht. Mein Herz, schau mich an. Und freie Heilige Schrift. Sei ehrlich. Du gehörst hier nicht hin. Das war dir doch bisher nicht wichtig. Tu's nicht. Ich hab an uns geglaubt. Sei kein Spiel für Däber. Du bist feige. Wir können das Paradies auf Erden haben. Erinnerst du dich an unsere Nächte? Mach dir nichts vor. Weißt du noch, was du mir versprochen hast? Ich konnte alle deine Wünsche Realität werden lassen. Du siehst das doch nicht etwa durch. Wir hatten doch noch so viel vor. Kenies ein bestes Mal, was du für immer vermissen wirst. Und hol dich hinterher nicht bei uns aus. Das kannst du vergessen. Ich liebe dich. Günther? Ich frage dich noch mal. Bist du nach reiflicher Überlegung und freier Entscheidung hierher gekommen, um mit der hier anwesenden Marlies vor der versammelten Gemeinde den Bund der Ehe zu schließen? So antworte mit Ja. Willst du deine Ehe, Frau Marlies, lieben und ehren und die Ehe nach Gottes Gebot und Verheißung führen, in guten wie in bösen Tagen, bis dass der Tod euch scheidet? Ja. Jetzt zu dir, Marlies. Marlies, bist du nach reiflicher Überlegung und freier Entscheidung hierher gekommen, um mit Günther den Bund der Ehe zu schließen? Nein. Nein. Entschuldigung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020